ja ich würde sagen hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video heute mal etwas ganz anders als sonst und zwar accident das ist ein game wo du musst umfälle aufklären und leute retten und keine ahnung was alles und ich habe gedacht ich probiere mir das einfach mal aus ich probiere es mal aus weil es gibt eine demo auf steam könnt ihr euch gerne zu haugen und selber ausprobieren und wenn ihr keinen bock habt auf das dann könnt ihr jetzt da einfach zuschauen gut ich habe keine ahnung accidents dummy dummy okay also ich sehe das ganze auch alles zum ersten mal simulation und ich dachte ich nehme euch einfach mit auf die reise ja also ja da würde ich sagen starten wir mal die erste simulation schauen wir mal was erwartet also wie es ausgeht ist das voll da vr und so also sind wir gar nicht wirklich dort aber die idee ist mal etwas neues mal etwas anderes denke es könnte noch interessant werden vielleicht keine ahnung ich weiss gar nicht wenn das spiel auf dem markt kommt ich glaube momentan ist es gar noch nicht draussen oh 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 es geht los geht los leute ok ok all the emergency ok also die komische komische stimmtelefon führte uns jetzt durch das tutorial dann wohl ist das so ein art tutorial finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht turn on the hazard lights put out the fire ok zeigen wir mal aus oh was ist denn das wir sind auch die a5 nein a7 also das ist schon ein zwischendinger aber ist schon mehr der füfer was ist das für ein karrenmann es ist doch schwierig bei diesen pickups es gibt so viele ähnliche egal also put the fire put out the fire auch das da haben wir da schönes führlöscher ja dann haben wir doch den gerade mal ähm ah sehr schön dann mark accident location wir gehen mit dem arndreueck ok also immer zuerst die hilfe rufen dann dann ist es schnell weg gewesen turn off ignition in the red car also zündig ausschalten im roten auto können wir doch das mal noch einsteigen ok check all the victims fügen wir wieder aus da vorne haben wir unsere zwei victims check for consciousness check the breathing ok wir schnaufen noch check for injuries wound der andere wound ok dann der andere was sagst du kollege zuerst wieder schütteln hey hey oh oh der ist noch nicht mehr das ist nicht gut help the victims okay du hast es du hast sie zurück Okay. Ja, und jetzt. Wir werden mal da... Hä? Wenn wir jetzt... Ich weiss, was habe ich auch jetzt gemacht? Come on! Jetzt muss er wahrscheinlich weiter zurückspulen, kann es mal sein. Hm. Okay. Ja, dann müssen wir das jetzt noch einmal machen. Also. Hey Brudi! Rüttle da, lebst du noch? Alles klar? Hör. 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 Und eine Wunde. Und noch eine Wunde. Okay. Und du, Kollege? So. Halli. Hey. Der ist auf dem Timmer noch nicht schlecht. Hör. First Aid Kit. Ist das auch da? Schiss. Gibt das Teil. Los. Los. So. Also Brudi. Jetzt tun wir dich wiederbeleben, Mann. First Aid. Also. Luft. Put on the gloves. Put on the airway. So. Und Maske. So. Reform CPR. Ja. Neue Highscore. Hahaha. Was? 40.070. 40.070. What the fuck? Gut. Das ist die erste. Also von dem her logisch ist es ein Highscore. Reform CPR noch eigentlich. Mal check for... Das jetzt? Ah, okay. Der schnuppert immer noch nicht. Leckt. Was ist das jetzt? Mit meinem Hauptraum? Beweissichern 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 Auspuff 4 2 Debris Was ist das? Es geht aus wie ein Kotflügel Aber sicher nicht von diesem Auto Dann muss das 3 sein Ein Rad Was haben wir da? Ein Stein Ok Press F Was sollte jetzt da irgendwie Zuerst ist der Auspuff abgeht Dann der Kotflügel Dann sind sie Stein Dann ist das Rad abgeht So Ist die richtig? Aha Warte mal Ah die sind richtig Ich gehe zuerst der Stein Nicht Dann ist das Rad abgeht Dann sind sie Stein Ok So ok Schön dass es da angezeigt wird Haha Success Yeah Oh Bami ist gestorben Scheisse Oh der Zweite ist auch gestorben Haha Aber wieso sterben die einfach so? Es läuft nicht denen Scheisse Ok Ok Gut jetzt wissen wir wenigstens wie es funktioniert Oder wie es sollte funktionieren Ich weiss nicht ob ich das wenn das live geht Auch kann Und wir sind wieder zurück im Büro Ha Nice Next Swedish Countryside Brunberg Country Ok ok Starten wir das mal Easy peasy Und dann schauen wir mal was uns da erwartet Auch wieder der gleiche Audi Ich glaube die können nicht so gut Auto fahren So wie es aussieht Frontal Crash mit dem Lastwagen Aber ja Schön Dann haben wir etwas zu tun Haha Ist einfach schon crazy über was es alles Games gibt Mann das ist einfach doch wirklich nicht mehr normal Hey shit Aber egal schauen wir mal Der blaue Golf dort Was macht der Oder ist das ein Golf Überhaupt Ich glaube schon ein Golf Dafür sind die Ladezeiten nicht so lange Ist doch auch schön Hehehehe Nein nein es ist ja noch Es ist ja noch nicht fertiges Spiel Also Sind wir mal noch ein bisschen geschmeidig Uiuiui es geht los Wir sind im blauen Golf unterwegs So wie es aussieht Wir sind im blauen Golf unterwegs So wie es aussieht Mal schauen ob ich hier die Grafik noch etwas verstellen Die Spiegel die sehen ja aus Schlimm Oho Schau da Unfall Uiuiui Mit Leitschwein am Boden nicht Also Call die Emergencies Dann sehen sie es Warten wir mal zuerst Pannenblinker Dann Telefon 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 Nehmt niemand ab Hehehehe Ah jetzt Ok Geht outside Uiuiui Da liegt wirklich ein Ach du Scheisse Alter alles klar Also zuerst anrufen, dann sichern. Dann können wir hier einmal sichern. Pannendreieck tatsächlich, sehr schön. Da vorne ist ja schon die Markierung. Wieder schnell hineinschmeissen. Sehr gut. Ja, aber was hat der gemacht? So eine Kurve und noch eine frontale Lastfragen, oder was? Dumm, ey. Also. Der Prinz. Scheisse, Mann. Haben wir noch einen gehabt? Ja, tatsächlich. Sehr gut, sehr gut. Dann. Schnell, 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 schnell. Bevor das in die Luft kommt. Geil, lege mal wie schön. Ja, aber. Könnte ja immer noch. Hm. Momentan dachte ich auch jetzt dabei. Tatsächlich, so geil. Ja, komm. Ah, und unten links läuft die Seite auch von den anderen Leuten. Die verlangen wir auch durch. Okay. Pannendreieck. Schnell, 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 schnell. Aufstellen. Komm, 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 komm. Die sind langsam am Absterben da unten. Also einer ist schon tot. Den müssen wir gar nicht mehr anschauen. Okay. Turn off the ignition of the vehicles. Ich brauche ihn nicht auf. Everstore. So. Fastwagen. Du kannst einsteigen. Okay. So, Zündung. Zündung, sehr gut. Wieder raus. Jetzt. Auf dem Audi haben wir nicht, oder? Ähm. Ich muss doch hier mal rein. Los. Einsteigen. Sehr schön. Audi, ähm. Wenn der einen Schlüssel hat, der hat doch hier einen Startknopf. Okay. Check all the victims. Hey, Bro. Hei, hei. Alles klar. Hei. Are you ding? Hei, hei. Hei. Das ist schlecht. Die sind sonst noch. Arm. The window open up, okay. Ja, äh, okay, kommst du hoch an, nichts innen, hm, okay, dann schauen wir uns mal den hier an, check your ass at location, wie machst du das, ah, warte, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee, Mann, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee, ich kann ein Navidemauernauto innen, oder? Tatsächlich, so geil, kommen wir, kommen wir, so, jetzt schauen wir dich an, hey, bro, wir schütteln, eine Wunde, die Luftzufuhr noch öffnen, da, so, oh, Oh, der ist hochgenommen, hm, ui, ein Kratzer im Bein, okay, go, 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 so, was hast du, ich bin hinten innen, das kommt als letztes dran, ma'am, can you hear me? Okay, Seatbelt, open the airway, Wunde, uh, Ach du Scheisse, die schnuppert auch nicht mehr. Okay, das ist noch der Letzt, First Aid Kit, okay, Hey, hey, irgendwann da, hey, Kitty. Ja, Bro. Der weigen sich irgendwie alle nicht mehr. Ui, und der schnuppert auch nicht mehr, ach, Scheisse, auf der Graufe bleiben. So, okay. Help the Victims, also pull out, komm gerade mal raus, da. So, also, wie ist das gegangen? Aufduhen, dann Hancher, open the gateway, the airway, Moskau, check, what, schneller sie? Also, los Bro, es muss jetzt echt schnell gehen. Open, Hancher, schauen, hier, Masken, schnell, montieren, und, und, check, schnufelt, ganz schwach, put into recovery position, äh, arm, arm, what? Ah, ich habe am Anfang echt zu lange gebraucht, oder was? Also, warte, spielen wir mal ein bisschen weiter zurück. Also, warte, spielen wir mal ein bisschen weiter zurück. So, das sagt einem aber auch niemand, dass man da pressieren muss, oder? Gut, wäre ja eigentlich logisch, bei einem Unfall, oder? Also, raus, los, 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 schnell, 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 Nächste, hey lady, so, schütteln, was haben wir da, abgurten, und hindern mit dir, hier, so, die schnufelt noch ganz schwach, Wunde, okay, jetzt noch zum Kiddy, hey, hey Bro, so, schütteln, ups, kein Problem, halt durch, Mann, ich bin da, Hilfe dir, schaue, ein bisschen nach vorne mit dir, vielleicht ist alle, das failing sich dauernd kみg... Das auch nicht mehr, ha? Ah, Check Location haben wir vergessen, Scheisse, Mann, Oh, Nein... complain, plaid, eh, nein... aahhh, nein... Danke, wireinsteigen... So, und der Navi doch mal, los, go, 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 go... Hält die Victims aussteigen, schnell, 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 also Bro, too dangerous to move, ok, nicht gut, nicht gut, abgurten, full out, so, jetzt haben wir natürlich keinen, der auch, locked, scheisse man, erst ein Kit, so, also, los geht's, los, 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 someone else still needs help, ah, der Wübel musst du zuerst nehmen, scheisse, jetzt haben wir es wieder verkopft, nehmen wir, dann, also, open, ist zwar schon open, aber egal, handschen, auftun, masken, los, zack, und, du, weisst du, ein leichtes Schnaufchen rum, hm, ah, Mann, ah, gut, hat funktioniert, und jetzt Arm, Arm, Bein, und kehren, sehr gut, jetzt an dem Helfen da, bist du hoch, open, klatschen, auf tun, masken, los, los, machen wir, 130 450, ok, komm, los, 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 und, ja, ich störe, Mann, es gibt es doch nichts, also, noch schneller geht es ja wirklich nicht, also, ich würde sagen, brblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl Naja, drücke jetzt schnell die Pause und spielen wieder bis dahin und dann schauen wir wie das ganze endet, ok? So, ok, da sind wir wieder. Biobu haben wir gerettet. Ich hoffe, es geht jetzt ein bisschen besser hier, weil ähm... Ja, wie soll ich sagen, ich habe jetzt schon ein bisschen mehr gestresst, hm? Aber ja, schauen wir mal. Äh, Poranda Gloves, hallo Gloves, open. Es ist halt noch ein bisschen verpackt, hm? Ein bisschen verpackt. Faske drauf. Auf tun und go. Na, ich glaube das läuft, hm? Da kommt natürlich ein New Highscore, weisst du, dabei sind wir am Lüten retten, oder? Ha, 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 ha. Also, jetzt noch runter. Komm los. Ah, da ist der und, hm? Ah! Und da ist der Ambulanz. Wurerschön. Ambulanz. Okay, und jetzt? Tipps sammeln. Was für Tipps? Fisch zu. Da, Scherben. Ah, Beweise, nachher müssen wir es dann wieder zusammensetzen, hm? Nehmen wir da. Gut, das ist irgendwie irrelevant. Was irrelevant. Okay. Gut, wenigstens läuft jetzt die Zeit nicht mehr davon. Das ist irrelevant. Was sagen wir da? Wurstbauern. Ah! Irgendes Tier gewesen. Okay. Ah, da ist ja etwas am Ausgewichen. Alles klar. Okay. Das ist irrelevant. Deckel. Ah, Monete. So, was haben wir noch für Beweise da? Tür zu. Ah, Scheibe. Okay. Soll es auch noch irgendwie ein Beweis sein? Was haben wir da? Öl, irrelevant, irrelevant. Bremsspur. Hier noch irgendetwas. Okay, die ist ja hoch. Stehen ja. Okay. Da kommt es dann noch sieben. Ich habe noch eine Idee. Haha, ich habe es doch gedacht. Der Lkw-Fahrer war nicht angehurtet, Mann. Ach du Scheisse. Wie erwartet. So geil. Okay. Also. Ähm. Ich würde sagen, als erstes... Ist doch der... Dings-Tanks hier in den Weg gelaufen. Dann hat es eine Bremsspur gegeben. Was ist das alles? Trailer. Ah, das kommt so wahrscheinlich am Schluss an. Ah, das geht noch weiter hinten. Oh ja. Ejected. Und collision. Through the wind shield. Ah, es geht noch weiter hinten. Oh ja. Ähm. Collision. Da und da. Richtig. Ja. Tier. Bremsspur. Kollision. Nicht angehurtet. Durch die Scheibe. Und die sind hinten hinein. So. Geht doch. Sehr gut. Wir haben jetzt sogar einen überlebt. Das ist der Audi-Fahrer, oder? Der Audi-Fahrer hat überlebt. Sehr schön. Die anderen. Der hat auch überlebt. Sehr schön. Das ist der Lastwagen-Fahrer, oder? Ja. Lastwagen-Fahrer. Okay. Wer haben wir noch? Uh, die ist gestorben. Ja. Da kann man auch nicht viel machen, gell? Wenn die natürlich hier die Anhänger rein attached. Ja. Das ist blöd. Der Audi-Fahrer hat überlebt. Sehr schön. Alle überlebt. Ausser Susanne. Schade. Aber ja. Was wollen wir machen? Uh. Dann wäre es das jetzt gewesen. So. Ja. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Das war's. Das war's. Ist halt nur eine Demo. Relativ eine kurze. Aber ich denke, wir haben einen guten Einblick gesehen ins Game. Ah. Und jetzt steht es sogar. Available. H1. 2020. Also das wäre. Jetzt. Irgendeinisch. Und ja. Warten wir mal ab. Schauen wir. Vielleicht gibt es dann noch eine Folge. Vielleicht werde ich das noch ein wenig weiterspielen. Vielleicht auch nicht. Egal. Wenn es euch gefallen hat. Lasst einen Daumen. Oder sonst irgendeinen Kommentar. Oder macht irgendetwas. Wenn ihr gerade Bock habt. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.